Verdiene bis zu 10.000 Euro pro Monat mit dieser coolen Methode. Denn mit Netflix Geld verdienen ist tatsächlich möglich. Ohne Vorerfahrung, ohne Startkapital und ohne, dass du dein Gesicht zeigen musst. Alle Details zu dieser brandneuen Methode jetzt im Video. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute zeige ich dir eine Methode, wie du mithilfe von Netflix online Geld verdienen kannst. Und dabei musst du weder Netflix gucken, noch irgendetwas investieren. Es ist viel, viel einfacher. Ich zeige dir eine Möglichkeit, die ideal darum für Anfänger ist. Sie funktioniert weltweit, das ist das Besondere dabei. Du brauchst kein Startkapital, du musst überhaupt nichts dafür können und du musst auch nicht dein Gesicht zeigen. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann verrate ich dir sogar noch eine Möglichkeit, wie du bis zu 3.000 Euro pro Monat auf Autopilot verdienen kannst, ohne etwas dafür zu tun. Du musst nur dranbleiben und herausfinden, wie die Methode funktioniert. Ich habe gerade gesagt, bis zu 10.000 Euro kannst du verdienen. Das ist der Beleg. Und 200 unterstützte Länder und Regionen gibt es weltweit. Das heißt, es ist egal, aus welchem Land du kommst. Du kannst diese Möglichkeit sofort umsetzen. Bevor du das tust, freue ich mich natürlich, wenn du schnell ein Like für dieses Video da lässt, wenn du selber gerne Geld im Internet verdienst und dir hoffentlich meine Anleitungen dabei ein kleines bisschen helfen. Und nach dem Like könntest du auch ein Abo dalassen, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast. Und wenn du dann als drittes rechts oben auf die Glocke klickst und alle Benachrichtigungen aktivierst, dann kriegst du automatisch eine Info, wenn es hier über geniale Geldideen mehrmals pro Woche neue geniale Geldideen zum smarten Investieren und zum Geldverdienen im Internet gibt. Dafür sage ich herzlichen Dank. Und jetzt zeige ich euch, wie die Methode, mit Netflix Geld zu verdienen, funktioniert. Du musst nämlich nicht direkt über Netflix gehen. Du musst auch keinen Netflix Account kaufen, sondern du machst es über eine dritte Plattform. Und zwar über Gamsgo. Gamsgo ist eine Plattform, die schon seit über vier Jahren am Markt ist. Und diese Plattform ist in der Lage, Angebote abzugeben für den Bezug von zum Beispiel YouTube Premium Abos, für Abos von Netflix, Disney Plus, Paramount Plus und so weiter, Office 365 sogar. Und zwar für eine Gebühr, die bis zu 70% günstiger ist als die offiziellen Preise. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte, die viele Menschen begeistert. Und deswegen ist es so einfach, damit Geld zu verdienen. Und zwar nicht, indem du selber hier so ein Angebot kaufst, sondern indem du dieses Angebot weiter empfiehlst, und zwar als Affiliate. Deswegen kannst du einfach auf die Webseite von Gamsgo gehen, klickst dann auf Affiliate und kommst dann hier in diesen Affiliate-Bereich. Und dort ist es eben so, dass du bis zu 10.000 Euro pro Monat verdienen kannst, indem du einfach einen Antrag stellst als Affiliate, dort kostenlos dich registrieren zu lassen. Danach kannst du dann mit deinen Freunden, mit deinen Fans über deine Webseite, über einen YouTube-Kanal oder ein YouTube-Video, dafür musst du keinen großen Kanal haben, oder ganz einfach auch privat deinen persönlichen Link teilen. Und jedes Mal, wenn jemand dann sich so ein Netflix-Abo, 70% unter dem Marktpreis holt, bekommst du Geld. Wie viel Geld bekommst du dafür? Das siehst du hier. Schon zu Beginn als Starter kriegst du 10% von allen Gebühren, die diese Menschen dort bezahlen. Wenn also jemand pro Monat 2,99 Euro für so ein Netflix-Abo beispielsweise, oder 3,99 Euro für ein Netflix-Abo bezahlt, dann würdest du 10% davon bekommen, und zwar für jede einzelne Person und für jeden einzelnen Monat, solange diese Person eben dabei bleibt. Und das ist das Besondere. Und ich zeige dir jetzt meinen Account, damit du siehst, wie einfach es ist, damit Geld zu verdienen. Ich befinde mich jetzt hier in meinem Account. Ich nutze das Tool selbst und zwar schon sehr, sehr lange. Netflix nutze ich aktuell nicht, aber ich habe ein Jahresabonnement von Disney Plus gekauft, weil das auch 70% günstiger war als sonst. Ich habe also noch 183 Tage übrig und das Tolle ist, in diesem Portal wirst du eben nicht automatisch verlängert, sondern wenn du das weiter nutzen möchtest mit deinem entsprechenden Account und den Zugangsdaten, dann kriegst du vorher eine Information, ob du verlängern möchtest oder nicht. Falls nicht, hast du dort keine laufenden Kosten. Du kannst nicht eine Verlängerungsfrist verlieren. Und das Dritte, was spannend ist, du kannst sogar, wenn du es ausprobierst und sagst, ich möchte es doch nicht, dann kriegst du 100%ig dein Geld zurück, wenn du so einen Testlauf eben nicht machst. Und was du machen kannst, ist, du kannst hier oben rechts auf Affiliate klicken, sobald du deinen eigenen Account hast. Und dann kommst du hier in diesen Affiliate-Bereich. Das hier ist mein Affiliate-Link, mein Promocode. Den kannst du selber auch verwenden. Wenn du unten auf die Videobeschreibung klickst, dann kannst du dich nämlich über meinen Promocode anmelden und bekommst dann zusätzlich nochmal Rabatt, wenn du das entsprechend eingibst. Das Einzige, was du machen musst, ist unten auf den Link zu klicken, dich bei Gamsko zu registrieren und bei der Anmeldung gibst du den geheimen Code STEVE ein. Steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Du gibst den Code STEVE ein und kannst zusätzlich zu dir fast 70% nochmal 5% bei deiner Anmeldung sparen, wenn du selbst so einen Netflix-Account haben möchtest. Und hier siehst du meinen Kontostand. Ich habe aktuell 2872 Euro verdient mit dieser Methode. Und ich habe dafür keinen Cent für Werbung ausgegeben. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe ein einziges YouTube-Video hochgeladen. Und das ist dieses hier. Netflix 70% günstiger bekommen, legale Methode, auch für Disney+. Und das Spannende ist, ich habe nichts anderes gemacht, als selber einen Account dort erstellt, habe meinen Screen aufgezeichnet und dann in diesem Video gezeigt, wie die einzelnen Schritte sind, was du tun musst, wie das Ganze funktioniert, wie du dich registrierst, wie du deine entsprechende Bezahlung abschließt und so weiter. Also im Grunde nichts anderes gemacht, als meinen eigenen Screen aufgezeichnet, mich dort dann angemeldet, getestet und den Menschen gezeigt, wie einfach es war, hier meinen Netflix-Account zu erstellen. Und das kannst du auch machen. Du brauchst da keine große Reichweite für. Du brauchst ganz einfach nur Folgendes zu machen. Und das sind die Schritte bei dieser Methode. Du gehst auf Gamsco unten in der Videobeschreibung, erstellst dir selber einen Account und erstellst ein YouTube-Video, das du hochlädst, wo du ganz einfach nur diesen Account einfach vorstellst und zeigst, warum das Ganze so günstig ist. Und du siehst hier, 3,99 Euro pro Monat zahlst du aktuell für eine Netflix-Account. Gerade jetzt ist das spannend, weil nämlich Netflix gerade seine Abo-Gebühren angepasst hat. Und du zahlst aktuell für das normale Basis-Abo 7,99 Euro schon, also mehrere Euro mehr pro Monat. Aber auch nur, wenn du schon Bestandskunde bist, wenn jemand jetzt anfängt und zuerst loslegen möchte mit Netflix, zahlt er dann 12,99 Euro pro Monat. Und du kannst es deinen Freunden und deiner Familie für 3,99 Euro pro Monat anbieten. Das ist natürlich krass, eine super Möglichkeit, Geld zu sparen. Und deswegen werden diese Menschen dann auf deinen Affiliate-Link klicken. Und wenn du es selber vorgemacht hast, wie einfach das ist, werden sie natürlich auch entsprechend das ausprobieren wollen. Und du kriegst immer wieder und wieder dafür Geld. Also du erstellst dir ein Account, nimmst ein YouTube-Video auf, wo du erklärst, wie das Ganze funktioniert, gehst dann in deinen Affiliate-Bereich rein, gehst dann in deinen Affiliate-Bereich rein, kopierst hier deinen persönlichen Affiliate-Link raus. Ich habe natürlich einen eigenen. Du solltest einen anderen Term hier hinten stehen haben und kopierst das ganz einfach und verwendest das dann, um es deinen Freunden, Bekannten, Verwandten weiterzuleiten. Oder eben, und das ist das Spannende dabei, einfach ein YouTube-Video zu erstellen, das hochzuladen, in die Videobeschreibung, wie du hier sehen kannst, deinen persönlichen Affiliate-Link dort einzubauen. Wenn du es bei mir machst, dann kriegst du zusätzlich mit dem Code Steve nochmal 5% zusätzlich Rabatt. Und schon kannst du loslegen. Weil selbst wenn du wenig Erfahrung hast und wenig Abonnenten, wenn du gute Keywords hier eingibst in das Video, was du hochlädst, Netflix 70% günstiger, legale Methode, Gamscore-Erfahrung, dann werden die Menschen auch darauf klicken und es ist ein super Angebot. Und wenn du dieses Video schön gestaltest, dann wird es gar kein Problem sein, damit online Geld zu verdienen. Und dafür brauchst du auch keinerlei Startkapital. Du klickst zum Beispiel auf snipclip.app, snipclip.app, app, und dann kommst du auf diese Webseite und kannst dann auf Start Recording klicken. Du musst dich hier nirgendwo registrieren und kannst damit dann deinen Videoscreen, deinen Bestop quasi aufzeichnen. Und dort wird alles mitgeschnitten, inklusive Ton und Bild, was du denn da gerade so machst. Du nimmst dieses Video, klickst auf Start Recording, kannst dann hier auf Select Screen klicken, diesen Bildschirm zum Beispiel teilen, gibst dann hier an, dass die App dein Mikrofon auch verwenden darf und dann kannst du loslegen. Der Recorder ist dann bereit. Du klickst hier auf Aufnahme und alles, was du sagst, was du dort tust, wird automatisch aufgezeichnet. Danach kannst du es hochladen bei YouTube und hast dein erstes Review-Video, wie du Geld sparen kannst beim Netflix schauen hochgeladen. Also geh ganz einfach auf die Gamesco-Webseite, probier es aus, nimm dein eigenes Abo, wenn du es möchtest. Du kannst danach das rückgängig machen. Das heißt, du musst kein Geld dafür bezahlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst es nur zum Testen machen, um dann deinen Screen, diese Anmeldung und sowas, diesen ganzen Prozess aufzuzeichnen und zu zeigen, wie es funktioniert. Danach meldest du dich wieder ab und du teilst keinen einzigen Cent. Dann klickst du auf Affiliate und dort erstellst du eben deinen Affiliate-Account, indem du ganz einfach dort über den Button Beantragen deinen Account erstellst, dann deinen Link nimmst und jedes Mal, wenn jemand auf diesen Empfehlungslink klickt und dort entsprechend Geld mit generiert, bekommst du deine Kommission. Du klickst also auf Jetzt registrieren, gibst deine Informationen ein und schon kannst du loslegen. Kleiner Tipp von mir, klick auf jeden Fall auf das Video, was ich damals dort veröffentlicht habe. Vielleicht gibt dir das ein bisschen Inspiration und du musst es nicht nur einmal machen, sondern du kannst gleich 4, 5, 6 Videos dort publizieren, indem du auf unterschiedliche Arten und Weisen dieses Angebot darstellst und dann wirst du sehen, dass immer wieder und wieder Leute da draufklicken, weil gerade jetzt ist Netflix angesagt wie nie und deswegen werden viele Menschen bei YouTube auch danach suchen. Netflix günstig, Netflix preiswert, Netflix kostenlos bekommen und wenn du diese Begriffe hier in deine Videos reinnimmst, dann erklärst, wie und wo das Ganze funktioniert. Hier unten deinen Affiliate-Link reinsetzt, dann wirst du damit Geld verdienen. Du hast es bei mir gesehen. Ich habe nur mit diesem einen Video über 2.800 Euro umgerechnet bisher verdient. Das kannst du einfach dann auf Auszahlungsverlauf klicken und dann einfach per PayPal auszahlen lassen und fertig ist die Kiste. Wenn du es intensiv machst und immer wieder und wieder, dann hast du die Möglichkeit, eben nicht nur 2.000, 3.000 oder 4.000, sondern bis zu 10.000 Euro pro Monat, das sind nämlich wiederkehrende Erlöse, solange die Leute dabei bleiben, zu generieren und ich habe dir auch zu Beginn gesagt, wenn du bis zum Schluss dran bleibst, kriegst du nicht nur diese Methode hier auf dem Silbertablett serviert, sondern außerdem eine Möglichkeit, wie du durchschnittlich 3.000 Euro pro Monat auf Autopilot generieren kannst, indem du einfach nur auf einen einzigen Knopf drückst. Das klingt verrückt, aber es ist möglich. Wenn du nämlich bei unserem Community-Projekt mitmachst, indem du Copy Trading betreibst, das heißt, ich trade für dich und du machst nichts anderes, als auf einen Knopf zu drücken und kopierst 1 zu 1 genau die Trades, die ich auf dieser Plattform mache, egal ob du Ahnung von der Börse hast oder nicht, musst dich im Grunde um kaum etwas kümmern und hast dann die Möglichkeit, zumindest was in den vergangenen Monaten, so durchschnittlich um die 3.000 Euro komplett passiv zu verdienen, ohne dass du großartig etwas dafür tun musst. Wichtiger Hinweis, natürlich ist es so, dass du bei so einer Plattform auch Geld verlieren kannst. Das birgt ein hohes Risiko. Das ist nun mal an der Börse so, aber wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du hier auch natürlich die Möglichkeit, richtig viel Geld zu verdienen, indem du mir ganz einfach folgst. Das ist eine seriöse Plattform namens Naga, Mitglied der Naga Group, an der Börse orientiert bzw. notiert, und zwar an der Frankfurter Börse, hervorragende Trustpilot-Bewertungen, mittlerweile acht Jahre lang am Markt. Also hier kannst du auf keinen Fall etwas falsch machen. Wenn du loslegen möchtest, klick einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung. Da findest du alle Details rund um unser Community-Projekt. Und wenn wir uns hier direkt auf der Plattform einmal angucken, wie nachhaltig so ein Projekt sein kann, dann siehst du hier, wenn man auf den Gewinn der Kopierer schaut, also auf den Gewinn eurer kopierten Trades auf die letzten zwölf Monate bezogen. Ich mache das also schon sehr, sehr lange. Dann seht ihr, dass ich hier unangefochten auf Platz 1 bin mit fast zwei Millionen Gewinn für euch, die ich generiert habe. Wenn du also dabei sein möchtest und einen Batzen davon abhaben willst, dann logge dich gerne unten ein. Registriere dich komplett kostenlos, um dann hinterher ein bisschen Geld einzuzahlen und mir zu folgen. Und damit du es auch glaubst, dass diese Trades hier wirklich gut ausgehen, siehst du, das sind so hier meine durchschnittlichen Positionsgrößen zwischen 9 und 11 Euro Gewinn, wenn diese Trades positiv geschlossen werden. Und im Mai vom 1. bis zum 31. Mai habe ich halt einen Gewinn von 3.432 Euro dort generieren können. Ihr hättet das zu 100% kopieren können. Abzüglich 99 Cent Kopiergebühr wärt ihr also bei diesen 303 Trades immer noch über 3.000 Euro im Plus gewesen. Wenn wir uns das im Juni angucken, waren es 3.600 Euro. Oder sogar ein bisschen weiter zurück im Februar, da waren es etwas wenige, nur 2.800. Und im März 3.264 Euro. Also du siehst, es ist ein langfristiges, nachhaltiges Geschäftsmodell, bei dem du ohne großartige Vorerfahrung einfach nur durch Kopieren Geld verdienen kannst. Wenn du da Spaß daran hast, mach auch mit bei der Autocopy-Methode. Wie genau das funktioniert, findest du unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn wir dieses Community-Projekt noch weiter nach vorne bringen. Und wenn du dir noch nicht sicher bist, mit welcher Methode du so richtig durchstarten willst, dann habe ich noch einen kleinen Tipp ganz zum Schluss für dich. Klick doch mal auf das Video, was ich dir links eingeblendet habe. Da zeige ich dir die 5 besten Wege, wie du 2024 online Geld verdienen kannst. Und zwar als Komplett-Tutorial mit über anderthalb Stunden Dauer. Komplett kostenlos nur für dich. Als kleines Dankeschön für deine Treue. Also klick drauf, lass dich inspirieren und begeistern und leg sofort los, online Geld zu verdienen. Wir sehen uns gleich in diesem Video.